Und es geht wieder weiter mit einem kleinen Fazit zu der dritten Episode von Digimon Universe Aply Monsters. Mein erstellter Charakter ist wieder blank der Schuldungeon Roleplaymon. Vorher möchte ich noch versuchen etwas zu erklären. Döner Zwiebel weiß nicht genau, wohin sie eigentlich vorhaben mit Digimon Universe zu gehen und ob das wirklich jetzt Digimon ist oder nicht. Oder ob es nur für die gemacht wurde, denen Try nicht gefällt. Also, von meinen ganzen Vermutungen und so, es gibt keine offizielle Quelle. Ähm, zuerst war eigentlich die Rede vor zwei Jahren, oder es waren sogar drei Jahren, dass ein neuer Digimon-Anime kommen sollte. Und dann kam eben auch das mit Digimon Adventure Try. Sprich, ich und einige andere vermuteten, dass Digimon Adventure Try ursprünglich als siebte Staffel geplant war. Hätte ich irgendwie auch logisch gefunden, es beginnt mit der ersten Staffel und irgendwie endet es auch mit der ersten Staffel, weil es immer so das Gerücht gibt, gab, so habe ich es oft jetzt gelesen, dass eigentlich ursprünglich Bandai vorhatte sieben Digimon-Staffeln. Nun ja, ob es darüber hinaus mal mehr gibt, keine Ahnung, aber definitiv sieben sollten es sein. Nun ja, und das wurde dann irgendwie vertan und daraus hin, also daraufhin hat man entschieden, daraus Filme zu machen. Ja, es sind Filme, auch wenn viele immer noch meinen, es sind Folgen. Es wird zwar im Internet irgendwie so als Folgen hochgeladen, es sind aber Filme, die auch in Japan im Kino laufen. Nun ja, jedenfalls ist es dann halt so, dass Digimon Universe Eppli-Monsters meiner Meinung nach eigentlich ein Ableger ist. Also, ich finde, es ist irgendwie für Fans, soll es Digimon Universe heißen und es ist auch ähnlich, weil es sind digitale Monster, die mit einem Mon enden, die reden können, die ihre Attacken nennen und die auch irgendwie kämpfen und sich verwandeln, digitieren quasi. Aber irgendwo dann auch wieder für neuere gemacht ist quasi, so das Motto, ja, es heißt zwar Digimon Universe, für die, die vielleicht als Crossroads zu Ende war, das ist ja schon vier Jahre her, die waren dann vielleicht vier, jetzt sind sie acht und wenn sie keine Ahnung von Digimon haben, können sie das einfach gucken, komplett neu einsteigen, aber weil da ja noch Digimon drin steht im Titel, können sie sich ja auch mit anderen Digimon-Medien auseinandersetzen und sich da schlau machen und das vielleicht auch kaufen, gucken, was auch immer. Try dagegen ist eindeutig für die Nostalgiker, das ist klar, weil, ich sage so, wer den dritten Film noch nicht gesehen hat oder wer ihn schon gesehen hat, wird es bemerkt haben, wenn ich Digimon Adventure nicht kenne, kann ich mit Try nicht wirklich viel anfangen, weil hier und da doch schon mal ein paar Sachen nochmal aufgewärmt bzw. nochmal erwähnt werden, im Sinne von, ja, weißt du noch damals und so alles und dies und das, ne? Und da ist das dann einfach schon wichtig, dass man die erste Staffel auch kennt, da können neuere kaum irgendwas mit anfangen. Ich denke zwar, dass welche, die jetzt Digimon Adventure nicht wirklich gesehen haben, aber auch Try sehen könnten, aber die werden damit, denke ich, nicht ganz so zufrieden sein. Okay, das war zumindest meine kleine Erklärung. Ich hoffe, ich konnte dir dabei irgendwie ein bisschen helfen, das zu verstehen. Ganz verstehen tue ich es jetzt auch nicht, aber das ist für mich so ein leichtes Rätsel, genauso wie bei Cross Wars, sage ich mal. Die erste Staffel hatte, also erste Staffel, sorry, erster Arc. Cross Wars besteht nur aus einer Staffel mit drei Arcs. Der erste Arc hatte noch gute Quoten, hat sich gut verkauft im Spielzeug und so alles. Der zweite Arc hatte schlechte Quoten, lag vielleicht auch daran anderer Tag, andere Uhrzeit, eine beschissene Uhrzeit, wenn man mich fragt. Und das Spielzeug hat sich gar nicht mehr verkauft und trotzdem hat man noch einen dritten Arc gemacht, wo sich auch kein Spielzeug zu verkauft hat, weil es dazu gar kein Spielzeug mehr gab. Und das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz. Das bleibt mir ein Rätsel, warum das so viele Folgen dann bekommen hat, wenn es sich ja eigentlich so quotentechnisch und von dem Spielzeug her gar nicht mehr gelohnt hat. Egal. Kommen wir jetzt aber zu der Folge. Also, was mir sehr an der Folge gefallen hat, und das war das, was ich in der davorigen Folge vermisst habe, Gatschmon und Navimon sind ein bisschen aneinander geraten. Sie haben sich so ein bisschen gestritten. Gatschmon ist halt der festen Überzeugung gewesen, dass Dogatschmon so cool ist, weil er so cool ist. Aber Navimon sieht das wiederum anders. Haru ist der Meinung, dass die beiden sich verstehen, aber die beiden sind dann eher so, auch wenn sie sich da einig waren, dagegen und meinen, das stimmt überhaupt nicht. Nun ja, ich muss sagen, die Folge war insgesamt natürlich ein bisschen weniger kritisch als die anderen, weil, seien wir mal ehrlich, es ging halt darum, Watson und zwei andere haben halt so ein Fantasy-Spiel gespielt und Haru war davon auch begeistert und er hat dann gesagt, dieser Watson, dass er halt schon Level 100 ist und total gut ist und so und die wollten dann mal seinen Charakter sehen. Der war dann auf einmal Level 0 und nackt. Naja, und ich muss sagen, wenn wir uns an Folge 1 erinnern, dass man da überall dann so Bilder oder auch Texte zum Beispiel gesehen hat, im kompletten öffentlichen Internet, was man vielleicht nur einer Person geschickt hat und gar nicht jeder kennen sollte, das wäre, wenn wir das auf unsere Welt beziehen, das wäre katastrophal. Und auch das Zweite mit dem Navi, das ist natürlich auch schon ernster und wenn wir uns das jetzt hier so mit dem angucken, klar, derjenige, der da Zeit investiert hat, vielleicht auch Geld in das Spiel, für den ist das durchaus ärgerlich, aber es ist zugegebenermaßen kein Weltuntergang. Nun ja, trotzdem war es dann eben so, Haru wusste, dass ein Digimon dahinter steckt und ja, es war dann eben Roleplaymon. Ich fand jetzt in diesem Punkt ein bisschen interessant, ich weiß nicht, es gibt mehrere Roleplaymon, so habe ich das verstanden halt und ja, die sind irgendwie in so einer Art Schule wirkte das und für jedes, ja, Rollenspiel, das es so gibt, gibt es auch irgendwie ein Roleplaymon. Und um das Roleplaymon, um das es in dieser Folge ging, das Spiel von ihm war halt total schwer und unbeliebt und viele mochten es nicht. Und das hat ihn dann sauer gemacht, deswegen kam da auch der L-Virus mit zustande. Naja, Haru wollte dann eben wieder die App-Gatei machen und wollte Gatschmon und Navimon verbinden und tatsächlich fand ich es interessant, es kam nicht nur Gatschmon raus, sondern Sukasimon, also quasi ein Fail. Nein, das ist jetzt zwar, könnte man sagen, hach, wieso wundert dich das, was findest du daran so toll? Wir hatten ja auch damals Skull-Greymon und Megidramon und Schein-Greymon-Rune-Mode und so. Klar, richtig, stimmt. Aber das waren in dem Punkt ja emotional falsche, bösartige Digitationen, könnte man sagen. Während es in diesem Punkt so ist, es ist einfach Fail, es ist einfach was Falsches, weil Sukasimon ist quasi gesehen Schrott. Naja, es bringt halt nichts, ne? Und das passierte, weil Gatschmon und Navimon sich nicht einig waren, weil sie ja meinten, ich bin ja nur derjenige, der hier toll ist und ja. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil das ist jetzt quasi der Unterschied zu Cross Wars. Bei Cross Wars, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, Dorulomon wollte kein Digi-Cross machen. Er wollte auch nicht kämpfen, Taiki hat ihn aber gesehen, weil er ihn aus dem Traum kannte. Ach, ist mir doch egal, was du willst, hier Digi-Cross und es hat funktioniert und es ging reibungslos. Und da fand ich das gut, dass es hier nicht der Fall war. Naja, die beiden haben sich dann wieder zurückverwandelt und Haru hatte das Ganze eigentlich ziemlich einen Spaß gemacht. Also Rollplaymon hat dann erstmal was erwähnt, wo ich auch ein bisschen an mich selbst denken musste. Er meinte halt, weil Gatschmon meinte, sein Spiel wäre sowieso scheiße, es wäre sowieso viel zu schwierig und so. Da meinte er, ja, jedes Mal, wenn Kinder vor einem Problem stehen und wenn sie es nicht schaffen, weiterzukommen, statt zu überlegen oder zu probieren, gucken sie immer gleich den Lösungsweg nach und so alles. Das haben Haru und Gatschmon nämlich auch gemacht und ich habe da so überlegt und gedacht, okay, früher als ich jünger war, habe ich wirklich immer probiert, probiert, bis es irgendwann klappte. Und heutzutage guckt man wirklich schon sehr oft nach und ich dachte, ja, irgendwie ist da schon was dran. Naja, und Haru hat ihn dann quasi gesehen mit Worten überredet. Er hat ihm dann gesagt, ihm hat das Spaß gemacht und er fand sein Spiel gar nicht blöd, gegen den Golem zu kämpfen, den Mimikry und so weiter da zu begegnen oder mit so einer kleinen Fee oder Elfe da so Xing-Shang-Shong zu spielen. Ja, und ich fand es einfach gut, dass Haru verglichen zu Folge 1 und 2, wo er wirklich noch ängstlich war, dass hier dann schon ein bisschen mehr aus sich herausgekommen ist und dann es eben ohne Kampf gelang, Roleplaymon wieder zu beruhigen. Und ja, er hat dann auch ein bisschen geweint und war halt auch glücklich und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen kindisch und kitschig, aber irgendwo auch toll, weil es war ja schon emotional. Ja, Roleplaymon selbst finde ich okay. Ich gebe zu, es erinnert mich immer so ein bisschen an so eine kleine Shibi-Version. Ja, klein Shibi ist ja dasselbe. Also an so eine Shibi-Version von Cloud aus Final Fantasy VII. Ich finde es nicht sonderlich kreativ, aber ich finde es optisch ganz okay. Ja, dann wurde letzten Endes noch so ein bisschen erzählt wegen den Seven Codes, weil ja, Roleplaymon ist halt so ein ziemlich seltener Chip halt und wenn man irgendwie 7 davon hat, er hatte dann auch irgendwie so eine Art Tablet bekommen, wo man die da reintun konnte, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ja, dann wahrscheinlich wird es dann eben die Gottform geben. Wie gesagt, es gibt ja jetzt auch verschiedene Level, ist auch wieder so ein kleiner Indiz dafür, dass Digimon, also Digimon Universe Eplimon irgendwie ein Neuanfang, ein Reboot irgendwo mehr oder weniger ist, weil es gibt es halt Level, gab es bei Crossroads nicht. Standard, super, dann eben Ultimate, das blieb irgendwie und Gott. Nun ja, jedenfalls ist es dann halt noch so gewesen, was auch noch war, dass Dogajmon ein eigenständiges, also ein eigenständiger Chip ist. Das finde ich ein bisschen seltsam. Zum einen finde ich das irgendwie komisch und ich bin mir sehr sicher, dass es so ein bisschen Merchandising-technisch angehaucht, so laut Motto, ja, guckt mal, wenn ihr euch in echt solche Chips kauft, gibt es ja auch Dogajmon und seht den hier im Anime, kauft den euch, er ist so toll. Auf der anderen Seite aber auch vom Anime betrachtet, eventuell, ich hoffe, da kommt nochmal eine Erklärung irgendwie, also eine bessere. Nun ja, ich könnte mir vorstellen, da ja Dogajmon und Navimon trotzdem digital sind, dass sie irgendwie vielleicht zum Beispiel ihre Daten gespalten haben, so ein Teil oder so, und dass deswegen dann irgendwie Dogajmon entstanden ist. Wie sie das jetzt im Anime umsetzen wollen, weiß ich nicht, weil eigentlich müsste er jetzt nur noch den Chip von Dogajmon einsetzen und ihn rufen. So würde ich das sehen. Naja, mal abwarten. Ja, sonst, wie gesagt, die Folge war halt okay, gerade wegen Haru, wegen Sukashimon, weil ich es jetzt auch nicht erwartet hätte. Ich dachte, das bleibt wie bei Crossroads. Ja, die verstehen sich nicht oder kennen sich nicht und klappt einfach. Fand ich gut, dass es nicht so war. Hat mich bei Crossroads nämlich ein bisschen gestört, um ehrlich zu sein. Ich weiß, ich vergleiche es, aber es sind die aktuelleren Staffeln und es ist in dem Punkt ja auch ähnlich. Deswegen denke ich, ist das in Ordnung. Ja, und sonst an sich war die Folge halt nett. Jetzt nichts Überragendes, wobei man natürlich wieder viele Informationen erhalten hat. Was ich jetzt noch als negativ angreifen muss, ist aber definitiv der Punkt, es gab wieder einen sehr langen Rückblick. Ich hoffe, dass sich das vielleicht ab Episode 5 legt. Warum genau, erkläre ich dann dem Fazit von Episode 4. Ja, und es ist leider doch ein bisschen wie bei Crossroads. Kurz vor dem Opening muss Haru immer kurz nochmal was über das Internet und Gutschmon und den L-Virus erzählen. Und das geht zwar nicht so lange, aber es nervt mich ein bisschen schon. Aber gut, dafür, dass wir keine Titel-Einblendung haben und eigentlich nur ein paar Sekunden, so zwei, drei Sekunden langes A-Katsch, kann ich damit noch ein bisschen drüber hinwegsehen und noch damit leben, weil immerhin geht die Folge ja trotzdem in etwa eine Minute länger, als die der anderen Digimon folgen. Ja, jetzt meine Fragen wieder an euch. Wie hat euch das mit Sukaschimon gefallen und dass sich Gutschmon und Navimon nicht so verstanden haben? Wie fandet ihr Harus kleine Charakterentwicklung? Und wie gefällt euch Warplaymon? Und ja, letzten Endes gab es dann noch, ich hoffe, dass er jetzt so hieß, aber ich glaube, Ray war der Name. Den hat man dann auch kurz mit Hackmon und Mailmon noch gesehen und die haben dann auch dieses Mailmon bekommen und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das auch eine von diesen Seven Codes. Ja, und was denkt ihr über diese Seven Codes? Wie findet ihr das und was denkt ihr, was man damit machen kann und ob damit wirklich das God-Level quasi gesehen freigeschaltet wird? Ja, teilt es mir in den Kommentaren mit.